Alle Bullen sind Schweine, alle Bullen sind Schweine. Und wir hören uns auch gefährlich an. Ach, ich kann nicht mehr. Ach, nee, das war ein Hase. Hm, hm. Hm, hm. Wo krieg ich denn jetzt ein Blättchen hier? Scheiße, Mann. Ich, ich fühle Mülleimer. Komm, ich mach da Tabak aus der Zigarettenhülse für dich. Ach, nee, so weit ist es gut. Aber ich wusste, ich hab die Target. Ach, gibt nichts zu scheuertes an. Es ist verkehrt, drum anzulecken. Kann sich jetzt auch blöd an. Und dann drehst du das Ding zusammen. Dann klopfst du noch dreimal und dann macht er beim vierten Mal so plopp und alles das auseinander. Nein! Und so ein Blättchen hau ich dann meistens nicht. Und jetzt fiel wieder gerade eins. Wir haben doch noch ein falsch Angelecknis. Angelecknis. Ja, das ist ja schon mal was. Beruhigt mich für die nächste Stunde schon mal ungemein. Und dann fängt es an, kritisch zu werden. Ja, in den Gedanken, in so einen Laden, wo Leute sonst reingehen, die sagen, Geh mir all dein Geld! Geh mir all dein Geld! Geh mir all dein Geld! Geh mir all deine Blättchen! Geh mir all deine Blättchen! Schiko, bist du's? Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Schiko, die hat sich nicht geschmeckt, ne, gerade, ne? Du hast kein Trinkgeld auf dich gelegt. Ne, die roch'n bisschen angebrannt. Die roch'n bisschen angebrannt. Ja, die Schnau neben uns hat so mit uns geredet. Da roch'n bisschen kaum, ob sie Stimbo wär oder ne, ob sie heißer wär. Irgendwie sowas. Du sagst, die wäre gerade angebrannt worden. Ich hoffe, dass die, ja, ich rede auch um uns Stimbo, die angebrannt bin. Dann schrecken sie mich doch nicht so. Hab' ich mich verjagt. Hey! Paroli. Paroli! Sagt die Paroli Die Parole Sagt die Paroli Eigentlich sagt ihr doch jetzt immer Muddeltuff oder Puddelpuff Ich kenne die Parole Leckmuschel Muddeltuff 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 Achtung da kommt einer Wenn das anfängt zu muffeln im Puff Das ist der erste Muddeltuff Und wie hieß der jetzt Muddeltuff Wie hieß das jetzt Muddeltuff Nogma Narrativ Guy Nogma Nogma Vielen Dank.